Servus! Wie sieht es aus hier? Die Sendung läuft! So, das ist mein Warnbarn hier ein bisschen her. Servus Leute! Musik war's his first love, and it would be his last. This is DJ Andy live in the mix. Musik Servus euch allen. Vor euch geht's gut draußen. Mal eine kleine 80er, 90er Runde für euch. Habt ihr ein bisschen improvisiert. Musik Musik So, ich hoffe, der Sound ist soweit okay. Musik 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 Ich hoffe, ihr seid alle gesund, fit da draußen. Ich habe ein bisschen Spaß in der nächsten Stunde. Musik 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 Das war immer ganz der Aufregung hier. Ich habe gar keinen Kopfhörer angeschlossen. Wir haben uns schon noch besorgt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn jemand etwas zum Sound schreiben Ist es halbwegs erträglich sticks oder phenomenal ZDF, 2020 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 Musik Wir haben schon eine neue dazugekommene. Auf jeden Fall erstmal herzliche Grüße. Okay. Wie gesagt, das ist eine kleine 80er, 90er Runde, die nächste Stunde. Ich hoffe, ich kann euch damit etwas bewustigen. Musik 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 Freestyle Musik 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 Und für alle, die dazugekommen sind zur Quarantäne-Show hier, live von eurem BJ Andi. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr habt Spaß. Ich hoffe, ich kann euch mal wenigstens einen Moment von dieser ganzen Corona-Sache ein bisschen ablenken. Ich hoffe, ich kann euch mal wenigstens einen Moment von dieser Corona-Sache ein bisschen ablenken. So, einer geht noch im Freestyle-Takt. Ja, ich sehe sie alle noch in Gedanken vor mir, tanzen mit ihrer Schwangerschaftsgymnastik. Ja, ich sehe sie alle noch in Gedanken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, girl, I love you, oh, yeah, oh, it's, it's, it's right, just in case you never know, just in case you never know, oh, yeah, oh, love you, girl, do you feel the same? I don't wanna play games, no games, ah, oh, you're the only one that don't like me, baby, just play it straight, straight, no games, ah, oh, we've been together six months now, love has perfect been, who pushed for those two exchange, but I'll bring your jeans away. I gave my life over to you and then turned around Ein bisschen Mädelsmucke. Grüße an alle neu dazugekommenden seems. Ah ah ah, you're the only one that you love, how you play. Baby just play me straight, straight. No games, ah ah ah. Is this the life you really want? I'm a son of a young young time with me, just very fun and prayers for you. Hey Ado, man, das ist nur noch alt wie man sich fühlt. C'mon! 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 ARD Text im Auftrag von Funk 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 Bis zum nächsten Mal. Rudi, danke für das Kompliment. Ich freue mich, wenn die Musikauswahl cool war in der letzten Stunde. Ich freue mich, wenn die Musikauswahl cool war in der letzten Stunde. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte ja einen Schweierabend machen, aber mach ich noch 10 Minuten. Hey, Maurice, grüß dich. Ja, liebe Grüße in die USA. Wahnsinn, ey. Ja, liebe Grüße in die Musikauswahl. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann mich irgendwie gar nicht trennen. Ich wollte eigentlich schon nichts Feierabend machen. Also, fünf Minuten mache ich noch. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Ja, die letzte Runde Schwangerschaftsgymnastik vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal für euch hier aus Wiesmann Hey Daniel, Gude, Servus Alles frisch Ich grüße auch hier mal nebenbei die Instagram-Fangemeinde Servus Musik 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 Denn Paul ist Schluss für euch. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter. Ja, das Männchen auf die Leiter. Seh und Gimsel, bunt die Wände. Drei bescherte Wohle, wie du machst. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich schon eine Stunde machen. Ich habe schon eine halbe Stunde länger gemacht. Ich kann jetzt nur nicht mehr so bringen, sonst schmeißen wir mich hier raus. Also, wenn es euch gefallen hat, bin ich gern bereit, um alles im nächsten Samstag noch einen Stream. Ja, wie gesagt, ich bin seit aktuell live. Und wenn ihr möchtet, wenn es geil war, bin ich im nächsten Samstag ab 20 Uhr wieder live, glaube ich. Ja, logisch, klar, für DJ-Verhältnisse ist es sehr, sehr früh. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Nachbarn hier so abgehen. Ja, ich bin gerade zum Gesogen. Da will ich die nicht überstrapazieren. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Lust hat, kann ja das Video, was ich gleich dann online stehe, von Anfang an nochmal schauen. Habt ihr nochmal eine Stunde, die jetzt gleich der Passt hat. Auf die Leiter, Seh und Winze und die Mände, drei Geschirrte ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Wenn du bist... Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie auch immer. Wenn ihr Lust habt, nächsten Samstag ab 20 Uhr, gebe ich wieder Vollgas. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Doch für heute ist wirklich Schluss. Und Pimmeldi ging mit Frederik nach Hause. Servus. Und Pimmeldi. Und Pimmeldi. Und Pimmeldi. Und Pimmeldi. Und Pimmeldi. Und Pimmeldi. Vielen Dank.